So, ein weiteres, ein weites Mal, ein weiteres Mal, hallo und herzlich willkommen zu Let's, äh zu Goodbye FIFA 514, meine Güte, Deutsch lässt grüßen, ja, ich hab kurz ne Frage an euch und zwar soll ich Matuidi, ähm, also ich hab ja Matuidi gezogen, soll ich hier den anderen nehmen oder ist das kein Ding, wenn ich den blauen nehme? Ah ne, den hab ich nicht gezogen, das ist dann fies, das ist dann Schummeln, genau, wir machen's so, okay, dann die nächsten 30 Minuten stehen an hier für uns, so, ich warte das nicht, und wir öffnen wieder einmal wunderschöne Packs, das ist ein bisschen nervig, dass ich mir das aufschreiben muss, aber sonst vergesse ich das oder kann mir das halt nicht merken, ähm, deswegen ist das schon, Die beste Variante, die wir haben, und Carasso ist das, äh, ist ein weiteres Mal dabei, und Isco, aber nicht der, den ich gerne haben würde, so, oh, Messi Falcao, jetzt muss es was werden, jetzt muss es was werden, so, ich überspringe, Spolli, das ist glaube ich der neue Niklas Bentner, beziehungsweise Weltklasse-Fußballer, Das ist aber irgendwie, boah, meine Güte, pflegt mich hier so eine Fliege an, so eine Obstfliege. Ich überspringe jetzt immer, damit das hier alles ein bisschen zackiger geht, und damit ich ein bisschen mehr Packs öffnen kann in der Zeit, und ich darf nicht so oft auf die Uhr starren, sondern sonst, ja, keine Ahnung, sonst dauert das ewig. Kennt ihr das, wenn ihr auf die Uhr guckt, und es ist einfach deswegen immer, immer länger, das ist schon wieder Clint Dempsey, das ist unfassbar. Schwarz-Rot, Gold, wir sind schwarz-rot, oh Mann, ich muss damit aufhören. Ja, meinem Hund geht's gut, hab eben nachgeguckt. Duplikat, und zwar, Jetzt wär was Geiles gewesen, geil. Jetzt wär was Geiles gewesen, geil, jetzt wär was Geiles geil gewesen. Oh, Messi verkauft, schon wieder. Jetzt muss es wieder einmal was werden, jetzt muss ich was Geiles ziehen eigentlich. Und es ist wieder eine Kacke, die mit Kacke auf den Kacke gekackt wurde. In Kakausen. Na ja. Oh, kurze Pause. So, hier bin ich wieder. Eben ist bei mir wieder reingekommen, deswegen musste ich diese Aufnahmen hier unterzudem brechen. Ist nichts Gutes drin gewesen hier, leider. Und machen wir weiter. Das ist natürlich ein nervig, sowas, wenn man aufnimmt und wer reinkommt, das hasse ich überall. Und jetzt habe ich die Uhr vor allem nicht mal richtig im Blick, weil mein Auto City vom Neuen so richtig, vom Neuen startet. Ach, ist der Kedenbuch. Auch nicht gut. Aber jetzt habe ich gar nicht übersprungen. Na ja, ich gucke einfach auf meine Uhr. Auf meine Uhr hier. Und dann weiß ich ungefähr, wie lange noch. Ich glaube, ich habe so 22 Uhr oder vier angefangen, würde ich mal sagen. Jetzt habe ich fünf Minuten schon. Ja, mal gucken, wie das hier so laufen mag. So, ich habe eine WhatsApp-Nachricht. Ich gucke mir die mal ganz kurz an. Virinia. Und freischalten. Oh, mein Rücken. Ich habe so Rückenschmerzen momentan. Ich weiß nicht, woran das liegt. Wieso das so ist. Und wieso das so ist. Oh, ich muss mal meinen Onkel fragen. Salijovic, Seat Salijovic und Lukas. Lukas, den kann ich mir gleich aufschreiben. Den werde ich auch gleich einsetzen. Oh, das passt so richtig gut mit Kabaya und Matuidi. So. Ich muss mal ganz kurz während der Aufnahme... Warte, ich öffne während des einen Pack. Mal mit meinem Onkel was schreiben. Oh, und jetzt spackt mein WhatsApp natürlich. Ich hasse sowas. Wenn ich da mal was Wichtiges schreiben muss, spackt es natürlich. Es ist unfassbar. Young. Ashley Young. Und Coluccini. So, Young. Der war auch mal gut. Die Zeit ist leider vorbei. Trotzdem noch mal ganz schön gute... Be-be-be-be-be-be-be-be-bewertung. Ich war das nicht. Mulumpu. Nichts Gutes. Junuzovic war noch drin, aber das... ist ja gar nichts. Ja, würde ich mal so sagen. Ich kurz was trinken. Sacko. Weil er sackt, ho. Ja, okay. Er war sehr schlecht. Arturo Vidal. So, komm. Überspringen. Waran. Also an Innenverteidigern mangelt es uns nicht. Ilano. Da war Ilano. Scheiße, ich habe den verkauft eben. Ich weiß gerade nicht, warum ich mich so freue. Ich hatte den irgendwann mal in irgendeinem Fieber. Fieber 12 oder so. Hatte ich den auf jeden Fall mal. Ich weiß. Ich glaube bei Bayern. Oh, Höwedes auch noch. Ich glaube, Höwedes hat eine bessere Bewertung als Sobotitsch oder nicht? Ganz kurz mal gucken. Weil dann werde ich den auf jeden Fall verwerten. Ne, doch nicht. Hat er nicht. Hat er nicht. Ich weiß immer noch nicht, welcher dieser Spieler das da ist. Welcher dieser Spieler, welcher Spieler das da ist. Kasano hat schon eine Legende, würde ich mal behaupten, aber langsam und scheiße. Nicht gegen ihn. Aber das ist die Wahrheit. Ja, das müsste man schon sich ein bisschen merken. Achso, Messi. Aber Mann, eigentlich mal so ein Messi ziehen oder so. Ich hatte noch nie das Glück. Naja, dafür Kielin und Ramos, Team of the Season, das ist natürlich auch was. So, weg hier. Scheiß Ding. Friedel. Mann. Das ist so eine Fliege, die mich nervt. Aber ich will sie nicht töten. Sie hat mir nichts getan. Außer mich nerven. Ähm. Ich kann euch auch noch mal was über mich erzählen. Und zwar, vielleicht wissen das viele gar nicht. Ich bin übelst tierlieb. Und ich glaube sogar schon fast ein bisschen zu viel. Jetzt nichts, ähm, nicht so im Sinne, dass ich Tiere gerne, ne, vernaschen würde. Aber, oh Gott. Ähm, aber, weiß ich nicht. Ich kann selbst kleinen Tieren nichts zu leiden. Zum Beispiel, ja, fliegen oder sowas. Ich finde das scheiße, wenn die getötet werden. Warum, werdet ihr euch fragen. Es sind nur kleine Scheißflieger. Aber ich denke mir nur so. Oh, Berami. Warum kriege ich die Napoli-Version? Da hast du zu Hamburg gewechselt. Größter Fehler seines Lebens. Ah, lustig. Das ist so lustig. Wie lustig ist das? Bei der Tonspur aus. Meine Güte. Auf jeden Fall. Ja. Wenn Fliegen getötet werden oder ähnliches, dann denke ich mir so. Äh, hör auf. Das hat dir nichts getan. Weißt du? Okay, sie nerven einen. Das kann ich natürlich nachvollziehen. Ich versuche übrigens fast jedes Mal, wenn ich eine Fliege sehe oder so und sie mich nervt, die rauszubringen. Manchmal schlage ich auch nach, aber ich töte sie halt nie. Ähm. Das sagt dies. Aber halt, wenn die euch nervt, überlegt doch mal. Es klingt jetzt relativ creepy und so, was ich hier alles erzähle, als wäre ich übelst. Alter. Alter, keine Tiere töten, Mann, Alter. Ja, peace. Aber, so, guck mal. Wenn dein Bruder dich nervt, tötest du ihn, dann nein. Weiß ich nicht. Ist vielleicht komisch denkweise, aber ist bei mir so. Ist bei mir halt so. Weiß ich nicht. Ja. Das finde ich scheiße. Kabul. Aus Kabul. Gibt es eine Stadt, die Kabul heißt, ich weiß es nicht, glaube nicht. Also bestimmt irgendwo, irgendein Kackdorf bestimmt, aber jetzt nichts Bekanntes. So, überspringen wir und es ist wieder nichts. So, langsam aber sicher wird es hier ein bisschen rar, wie die Yu-Gi-Oh! Karte. Liverpool, drittes Trikot, das nehmen wir doch gleich mal mit. Trikot aktivieren für... Scheiße. Minderwertig. Ja, das ist ja kein Unterschied, wenn ich das hier nehme. Aber das hier mag ich auch. Ne, ich will es im Verein haben. Erstmal, vielleicht mache ich noch was damit. Aber mal gucken. Naja. Ich glaube, ich mache demnächst nochmal ein 30 Fakten-Video, weil mir das alte, was ich gemacht habe, nicht so zugesagt hat, beziehungsweise gefallen hat. Ja, ich kann hier mal ein bisschen über meine YouTube-Karriere reden, habe ich mir gerade so gedacht. Und zwar... Warte, die gucken. Ich gucke nochmal live nach. Oh, Messi, Volker, das wird wieder der Renner. So, ich gehe mal auf meinen alten Kanal. Und zwar... Wille ich mein allererstes Video gucken, wann genau das rausgekommen ist? Ich kann es ja auch mal ganz ein bisschen laufen lassen. Na, das nicht. Nein, das ist mir peinlich. Vor zwei Jahren. Und zwar am... 8.2.2012 habe ich mein erstes Video auf YouTube hochgeladen. FIFA 13 Ideen. Mann, dieses Scheiß-Wie. Vor allem, ich habe in der Beschreibung heute unsere FIFA 13 Ideen mit einem neuen Mikrofon. Dann hat wer drunter geschrieben, Kauf dir ein neues Mikrofon, weil ich total leise war und sowas und das nicht gepeilt habe. Aber naja. So, warte, ich mach mal... Lasst es kurz laufen. Willkommen zu... Okay. Lass. Na, wo ist mein erstes... Video alleine? Das ist halt die Frage. Ich weiß gar nicht, was ich denn alleine gemacht habe. Das hier habe ich alleine gemacht. Duisburg vs. Catania. So, wartet mal ganz kurz. Es tut mir echt leid, dass es gerade so ein bisschen dumm ist. Dritten Versuch, Let's Play zu starten. Ich lasse das kurz laufen. Ich habe mich jetzt für Duisburg entschieden. Ich spiele auf Weltklasse jetzt und... Äh, mach mal das. Ich weiß nicht, wie das Duisburg-Stadion heißt, sonst würde ich das jetzt umbenennen. Ja, ist mir egal. Herr Hansa. Bleiben wir einfach mal Herr Hansa, weil ich auch nicht weiß, wie der Trainer von Duisburg heißt. Stellt mir leid an alle Duisburg-Fans. Aber du gattest mir im Nachhinein eigentlich so peinlich. Ähm, ja. Ich habe jetzt neu angefangen, weil ich es scheiße fand, Bayern weiterzumachen, weil ich meine Aufnahmen selbst nicht so gut fand. Ich überschreib das ein bisschen mal. Nein, nein, nein. Vielleicht will ich das ja noch weiterspielen. Warte es. Warum geht es nicht zu? Äh, okay. So, egal. Ich lasse es jetzt. Ja, ihr habt genug gelitten. Sagen wir es mal so. Ja, das war mein allererstes Video ganz alleine. Ich habe vorher auch schon welche gemacht. Ganz, ganz lange her. Und zwar Minecraft. Im Kreativ-Modus. Das weiß ich noch ganz genau. Da habe ich über FIFA, äh, über Fußball geredet. Und sowas. Und das war auch saugeil. Er heißt saue einfach mal. Na ja, das war wirklich. Also, diese Tonqualität ist einfach unfassbar. Da schwelge ich in Erinnerungen, als ich damals in diesem Tonstudio aufgenommen habe. Julio Cesar. Das finde ich natürlich sehr geil. Super geil. Julio Cesar. Und den nehme ich dann auch im Tor. Und Marco Marien ist da hinten. Wurde anscheinend nicht verliehen, oder? Doch, der wurde verliehen. Meine ich. Ich meine, der spielt jetzt bei Lazio. Bei Lazio, dem Zio, zu dem Rom. Äh. Hm, 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 hm. Hm? Hm. Das wären mal Spieler, die ich gerne haben würde. Was ist das denn? Alles Santrini. Ich bin so müde heute. Ich weiß nicht, woran das liegt. Auf jeden Fall halt. Vor zwei Jahren habe ich meine YouTube-Karriere, wie gesagt, gestartet. Am 2.8. Äh, am 8.2. Ganz offiziell. Ja, dann. Und zwar, diese YouTube-Karriere habe ich mit einem damaligen Freund zusammen gestartet. Die. Oh, ich sag Karriere. Ich meine, YouTube. Halt insgesamt. Ich dachte, habe irgendwie dauernd an FIFA-Karriere gedacht. Äh. Ja, die YouTube-Karriere habe ich dann mit ihm begonnen. Zu zweit. Wir haben teilweise Videos zu zweit gemacht. Er hat Minecraft gemacht. Ich FIFA teilweise. So haben wir das dann aufgesplittet. Ähm. Und dann war es dann so. Also. Ich erzähle euch mal, was dunkles. Und zwar haben wir teilweise Leute. Oh, Messi verkaut. Teilweise Leute über Facebook angeschrieben, ob die nicht abonnieren wollen oder sowas. Das ist mir im Nachhinein extrem peinlich. Aber haben wir halt gemacht. Dadurch sind wir irgendwie dann auf die 50 Abonnenten gekommen. Oh, cool. Ashley Call. Wir haben 58. 85 meine ich. Ähm. Ja. Irgendwie 50 bis 100 Abonnenten gekommen. Dann. Ja. Also es lief eigentlich alles relativ gut. Was mich im Nachhinein erstaunt, weil wir so krasse Videos eigentlich nicht gemacht haben. Auf jeden Fall. Dann ist der dritte dazu gekommen. Und zwar Sören. Ähm. Jetzt habe ich den Namen gesagt. Egal. Ist ja kein Problem eigentlich. Der andere hielt Lennart. Lennart. Ähm. Ja. Und dann haben wir halt da zu dritt unser Unwesen getrieben. Und es lief. Meine Güte. Immer besser. Auf einmal hatten wir 400 Abonnenten oder sowas. Aber es hat mich halt durchgehend angepisst, dass ich irgendwie so ein bisschen eine kleine Hure auf dem Kanal war. Und dann hatte ich halt das Problem, dass ich keine Videos über 15 Minuten hochladen konnte, weil ich irgendwie das EA-Logo eingeblendet hatte, ohne das zu dürfen halt. Oder es war halt zu sehen, wenn ich FIFA-Let's-Plate habe. Währenddessen lief meine geile Karriere mit Bremen. Und dann musste ich mir halt, also ich hatte schon vorher ein bisschen drüber nachgedacht, einen eigenen Kanal zu machen. Und das habe ich dann auch verwirklicht, weil, wie gesagt, mir waren die Personen langsam aber sicher nicht mehr sympathisch. Also, doch schon. Aber ich hatte halt keinen Kontakt mehr zu denen so richtig, nur über Internet und so. Und da hatte ich dann auch keine Lust mehr drauf. Außerdem hat es mich, wie gesagt, ein bisschen genervt, dass ich dauernd der Tipp für alles war, der alles machen musste. Zum Beispiel Server organisieren, auch wenn die die Minecraft-Leute waren und so war es halt ganz viele Sachen. Leute fragen wegen Survival-Games, was wir organisieren wollten. Das habe ich fast alles alleine gemacht. Und das hat mich dann genervt. Und deswegen hat sich das ganz gut getroffen, dass ich meine, dass ich keine Videos mehr über 15 Minuten hochladen konnte. Dann habe ich diesen Kanal gemacht und bin vielmehr auf dem Kanal geblieben. Und ja, dann habe ich auf diesem Kanal erst mal FIFA-Weiter-Let's-Played, habe langsam aber sicher mit Dingen angefangen. Mit Commentaries. Und habe dann auch ein Turnier entdeckt und zwar das Krylux HD-Turnier. Das war ein YouTuber, der das Turnier dann halt gestartet hat. Und da habe ich dann mitgemacht, habe eingereicht, auf die Ergebnisse, auf das Ergebnis gewartet. Und dann war es am Tag soweit. Und dann hat er das Video darüber gemacht, hat in die Beschreibung getan, wer weiter ist und gegen wen und so. Und ja, das Tolle war halt, dass ich dabei war, habe mich übelst gefreut. Ich weiß noch ganz genau, meine Mutter hat in meinem Zimmer gebügelt und ich habe die Arme hochgerissen. Ja, ich bin dabei und hat mich übelst gefreut und war übelst motiviert und so. Und dann kam das erste Battle, warte mal, vielleicht weiß ich sogar gegen wen. Und ich kann das vielleicht auch sogar ein bisschen kurz anmachen. So, wir schwelgen jetzt mal ein bisschen in Erinnerung. So, Commentary, Krylux HD-Zwischenrunde. So, ich mache es mal kurz an. Hallo und herzlich willkommen zu meiner Zwischenrunde für das CHDC. Ja, ich komme erst mal zum Gameplay und zwar, das Gameplay ist mit der MP7 auf Stand-Off erspielt. In einer Herrschaftsrunde. Auf der MP7 hat er das Reflexvisier und seine Punkte-Serien sind Drone-Erfahrerator und der Blitzler. Das Gameplay ist übrigens von ProNub7, er spielt, der hat mir das zur Verfügung gestellt. Sehr nett von ihm, danke nochmal hier. Und ja, ihr könnt gerne nochmal bei ihm vorbeischauen. So, das reicht. Ja, das war halt schon ganz schön und dann kam die Analyse. Und das war das Geilste. Leider hat er seinen Kanal inzwischen gelöscht. Ich würde die Analyse würde ich so gerne nochmal sehen. Auf jeden Fall hat er, bin ich dann halt weitergekommen, habe mich noch mehr gefreut, wirklich. Dann bin ich richtig gejubelt, als ich gehört habe, dass ich weiter bin. Und dann, wuhu, habe ich so richtig gemacht. Und das war dann auch ganz geil. Und ja, dann war ich in der Zwischenrunde. Und zwar, schnallt euch an. Wenn irgendwer in der COD-Scene so ein bisschen sein Unwesen treibt, also er ist noch ein bisschen kleiner, aber wurde von einem Größeren gepusht. Und zwar, ja, war mein nächster Gegner dann Gokudera. Und Gokudera ist, wie vielleicht manche von euch wissen, ein YouTuber, der inzwischen relativ groß ist, wurde durch Solution so ein bisschen gepusht, weil er den Weg zum Nichtraucher hat, der Solution gemacht. Und er hat dann währenddessen Weg zum Nichtwichser gemacht. Und das war dann sein Durchbruch sozusagen. Und dann wurde er gepusht. Und ja, halt, davor war dieses Turnier. Wir haben beide unsere Runden abgegeben, wurde beides hochgeladen. Ich kann euch auch das noch mal ganz kurz zeigen. Komm, das machen wir einfach mal. Achtelfinale. So. Oh Gott, welches ist das hier? So. Hallo, ihr Bananen, die ich mir an den Einen führen möchte. Mein Name ist Leon, auch Krylux genannt. Für die Leute, denen das noch nicht aufgefallen ist, ich fake Julians Stimme und Betonung. Okay, das ist mir jetzt ein bisschen peinlicher, weil es... Also, wir sollten ihn imitieren. Und er war schon ein bisschen wie Julien. Das kann man schon sagen. Er hat dann die Art von Julien so ein bisschen imitiert. Und ja, dann habe ich es halt gemacht. Und war übelst motiviert. Habe mich gefreut auf diese Analyse. Auf einmal habe ich gesehen, dass er einen Kanal gelöscht war. Und war ganz traurig, weil dann alles fertigatzt war. Meine ganze Arbeit. Und dass die HDC sein Ende gefunden hatte. Also, es wäre so geil gewesen, wenn... Und es wäre auch so geil, wenn er seinen Kanal nochmal aufmachen würde. Und dann... Dann würde er sagen, so... Komm, mit den alten Leuten, die damals noch im Turnier waren. Wir machen jetzt... Nehmen das wieder auf und lassen gegeneinander battlen. Und dann müsste ich gegen Kokodera. Das wäre so geil, aber... Naja. Oder... Also, es kommt natürlich darauf an, ob Kokodera sich dafür überhaupt... Ja, zur Verfügung stellen würde. Sagen wir es mal so. So muss Lera. Den schreiben wir uns gleich mal auf. Denn... Also, ob er für sowas überhaupt noch Bock hätte. Also, ich würde sowas feiern... Ich gucke gleich nach der Aufnahme mal nach, ob er seinen Kanal... Oder ob er wieder einen Kanal hat. Kann ja sein. Aber ich vermute halt nicht. Weil er hat ihn kurzzeitig wieder aufgenommen. Aber dann hat er ihn wieder geschlossen. Kurz darauf. Also, immer so ein Zick-Zack. Und dann, ja, ging es weiter mit ein paar Kommentars. Ganz viele sogar. Und mein FIFA-Let's Play habe ich dann irgendwie abgebrochen. Und dann kam ganz lange kein Videos mehr. Und jetzt sind wir hier... Oh! David Luiz! Und Philippe Luiz! Das ist natürlich sehr geil. David Luiz und Philippe Luiz. Brüder. Und das passt übertrieben gut mit David Luiz. Denn, wie ihr alle wisst... Haben wir... Spieler von Paris Saint-Germain in der Mannschaft. Saint-Germain! In der Mannschaft. Und das können wir gut verbänden. So, komm. Ähm, ich mache noch drei Packs auf. Und dann spiele ich noch ein bisschen FIFA. Und dann gehe ich pennen. Also, nicht mehr mit euch hier, sondern... Irgendwie... ...meine Karriere weiter. So, das wird das erste von drei Packs. Kommen wir jetzt zum Schnellformat. Und dann machen wir noch schnell die Aufstellung weiter. Die Diät-Rock-Barr. Jawohl, Alter. Die Geil... Also, die Version ist schon geil. Bei Chelsea wieder. Der hat zurückgewechselt. Der Hurensohn. Ich hasse ihn. Ohne Witz. Ich bin ja Bayern-Fan. Und ich hasse ihn. Also, nicht wegen Art oder so. Aber weil er halt damals das Spiel gegen Bayern im Alleingang dann für Chelsea entschieden hat. Chelsea wäre ohne ihn nicht gewesen, wäre untergegangen. Aber naja. Das passiert im Fußball. Ein Jahr später hat Bayern sich ja zum Glück die Champions League doch noch geholt. Aber es wäre geiler gewesen im eigenen Land. Und im eigenen Stadion vor allem. Aber naja. So, jetzt gucken wir mal nach. Im Tor haben wir einen neuen. Und zwar... Wen denn? Wen nehme ich denn davon? Julio Cesar oder Muslera? Ich nehme Julio Cesar. So. Des Weiteren. Haben wir als LV Cole. Die Version habe ich gezogen. Die muss ich dann auch nehmen. David Luiz? Hat der ja nur nur 82. Na ja, da geht die Chemie wenigstens ein bisschen hoch. Hat der irgendeine Verbindung? Ne, hat er nicht. So, weiter geht's. Ashley Young vielleicht. Und das ist auch gut. Und das hier. Da packen wir mal den lieben Lukas rein. Oh. Oh, 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 oh. Warte, dann machen wir es mal so. Stürmer. Ich hatte doch bestimmt einen Stürmer. Ja. Didier. Wo ist denn der Didier? Didier Druckbar? Da geht er ein bisschen hoch. Ach, minderwertig. Cole, Sakko. Wenn ich hier Sakko entpacken würde, dann würde ich die Chemie hochgehen. Na ja, auf 77. Aber das ist mir egal. Das ist mir nicht so wichtig. Ähm. Ja, Kaballe. Mist. Kaballe und Liebe. Hä. Wäre das... Merci. Gib ihn mir. Ja, das ist Stand jetzt. Die Mannschaft. Oh, scheiße. Und es wäre viel geiler, wenn ich jetzt das hier machen könnte. Und zack. Und... Aber das geht ja leider nicht. Guck mal, gleich Chemie auf 89 würde sie steigen. Einfach mal. Aber das kann ich leider nicht bringen. Na ja. Ein Pack. Komm, eins machen wir noch. Aber dann ist das auch das letzte... Was ich heute aufnehme. Und dann sage ich euch Tschüss. Gleich. Nach diesem Pack. Und es ist... Nur Scheiße drin. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ich sage Tschüss. Und bis zum nächsten Mal. Haut da rein. Bis dann. Mann. Ciao. Leap.